Das Fernsehen, was schreibt nicht? Wir sind vom öffentlichen, privaten Fernsehen. Wenn ihr euch bitte kurz vorstellt. Hallo, ich bin die Isis. Herr Schobel. Wie hat euch die Schmiede dieses Jahr denn so gefallen? Da haben wir eigentlich gerade drüber geredet. Ja geil, jetzt sind wir zum richtigen Zeitpunkt noch. Ja, voll perfekt. Ich habe ein Déjà-vu noch dazu, dass es ärgstens ist. Ja, wir sagen, die Spiele bringt es auf den ärgsten High und es ist wunderschön, wie das Ganze einfach funktioniert. Auf den ärgsten High. Das muss der Marcel erklären, weil der hat es gerade so schön in Worte gefasst. Hast du auch was mit Fischen zu tun? Die Schmiede ist der schönste Moment ever. Nicht die Schmiede jetzt, heute hier, aber das Gefühl hier. Ich liebe euch, verstehe ich. Es ist so schön hier. Es ist so schön. Begeisterte Menschen, das ist unglaublich. Was habt ihr denn so getrieben die ganze Woche? Ich habe die mehr als die erste Hälfte der Woche oder der zehn Tage Frontdesk verbracht und eigentlich nichts weitergebracht. Nur YouTube-Videos geschaut. Aber ich war auch eingeteilt. Und die zweite Woche haben wir zwei Lieder aufgenommen. Zwei Lieder und was hast du gemacht? Ich habe mich eher aufgelöst in einer Wolke. Schön. Und hat es geregnet? Eigentlich nein. Es gab extrem viel Regenbogen, es gab sehr viel Sonne in alle Richtungen. Also ihr hört, Schmiede macht glücklich, Schmiede macht Haifisch und Schmiede macht Regenbogen. Wunderbar. Wunderbar.